Moin. Und Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Escape Simulator mit Eta und Nisa. Jo, moin. So, ja, wir sind hier bei der Omega Gesellschaft. Ja. Und haben hier ein Röntgengerät. Okay, es läuft. Okay. Okay. Wo muss ich bei zwei anfangen? Ich muss bei zwei anfangen? Oh, da steht da. Die Arbeiter haben den Plan übermacht. Du weißt, du hast B4. Ach, B4. Weiter. Oh. Nein. Drücken wir mal falsch. Dann. Nein. Was muss man so viel sagen? Bin ich auch. Ich hab' einen Kugelschrauber gefunden. Okay. Okay. Uh. Oh. 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 Ich wollte mir das angucken, wie kann man sich das denn nun mal angucken? Mann, Scheißding. Hast du vergessen? Mein Alter, mein Lieblingspinke Schönheit, links dann rechts. Also ihr Alter ist 30, ihre Lieblingspinke Schönheit ist hier der... Wie konnte man sich die Nummer angucken? Ah, mit R. 51? Oh, nein, jetzt ist er dahinter gefallen. Verdammt. Also der? 51? Der nicht? Der? Er ist links, denn rechts? Er ist... 9? Also 8? 9? Also 8? 9? 9? Also 8? Und 8? Ich habe einen Koffer. Und der Koffer... Hilfe, der Code ist auf dem Arm reif in der Aktentasche. Links ist normal, rechts ist andersrum. Also muss ich den Koffer da jetzt hinpacken irgendwo und den Rund hinlassen oder was? Auf dem Einkaufswagen. Auf dem Einkaufswagen. Und... Zigarette. der Koffer schon drin? Äh... 619. Wofür ist der jetzt der Code? Das ist ein... 11.... 11... Ah ne warte... 11... 11... 11... 11... 11... 11... 11... Wie war nochmal der Code? 619 619 Ja, witzig 001 Äh Witzig andersrum Der Code ist auf dem Armreiß in der Aktentasche Okay, haben wir Links ist normal Rechts ist andersrum Ah, okay Dann müssten wir hier jetzt 9 6 Und 1 Ja Stimmt, die gibt es hier unten Links ist normal, rechts ist andersrum Ja, hab ich doch gemacht Jetzt weiß ich, wo der Fehler lag Ich bin gerade bei dir Bei mir Eine sehr schwere Karte Ähm Gib mal die ID ein Mitarbeitern 042 042 Beigabe Level 0 Okay, komm hier jetzt raus Zugangsebene 2 Hab ich hier noch drauf stehen Oh, nee, das würde ich nicht Oder müssen wir alle Höchstung Ich glaube, du musst Zug, äh, Freigabe 1 Freigabe Level 2 2 Schönen 2 Mit 2 Was vorher Da muss man den irgendwie scannen oder so Musst du eher eine Tür halten Habe ich gemacht Rate, access, t, Passwort eingeben Oh, nein Das war hier diese blöde Baumwiesel Was ist jetzt dieses blöde Baumwiesel Was ist jetzt hier auf dem Tisch Okay Okay, ähm Ja, das Das bringt uns Null Null was Muss ich hier flücken Okay Ich habe keine Ahnung Irgendwann hüpfen Ich habe echt noch nie viele gefunden Hüpfen Oh, ja 1 1 2 1 1 Ja. Meine Frätschuk-Stopp. Ja. Die Frätschuk, Banane, Kirsche. Sicherheitsfreigabe Level 3 oder höher erforderlich. Er hat nur zwei? Ja. Das heißt, hier muss irgendwo noch eine Karte liegen. Ich glaube, wir hätten schon eine Karte gefunden. Oder? Hat er hier auszusehen? Hm. Nein, wirklich. Okay. Da wäre jetzt auch nicht draufgekommen. Ja. Na. Hör doch mal auf. Mach doch gar nichts. Nee, du doch nicht. Ach so. Du hast das gar nicht gemeint. Du musst ein anderer Code rein. Du musst ein anderer Code rein. Ich glaube, das müssen wir denn immer finden. 8? Ich glaube, es sind 8, ja. Das wäre wie viel ich jetzt da wieder gefunden habe. Hm. Wir sind so dämlich. Das ist der Code für das erste, ne? Für das erste Mal da. Ja. Wird da angezeigt. Für was? Für den Baum oder was? Ja. Ah. Aber es bringt uns nichts. Wir brauchen eine weitere Karte. Wir brauchen eine weitere Karte. Ansonsten haben wir... Warte mal, wie heißt der? Oh. Gregory Clark. Der steht hier aber auch nicht mehr drauf. Ansonsten sind nur Besucher. Hey. Oh, Alter. Ach, das geht das doch wohl nicht. Ist hier irgendwo was. Ach, ne. Das haben wir ja schon gefunden, aber... Das haben wir ja schon gefunden, aber... Ja, und es fehlt der zweite Code. Was ist das, wenn ihr kaputtet habt? Da kein zweiter Code irgendwo ist. Auch gar keine zweite Karte. Nur erst das Ding doch mal los. Ähm. Aber irgendwie was aufnehmen? Oh, nein. Was hast du denn jetzt gemacht? Oh, warte. Nein, 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 nein. Was war noch mal die Antwort? Wie meinst du jetzt die Antwort? Hier, wieder Schluss. Also eben was, Apfel, Bananen und Kirsche. Okay. Dann würde ich mal sagen, next... Ja. Next. So wie du bist... Biro. also auf anderen spieler ich habe schnipsel bambus ordnet das da ist ein schlüssel das krisen wieder raus wie ach so okay ich brauche einen einen schraubenzieher das mal meine taten ich bin die blöden kann sie nicht hier ist das so schüttelst du und wir hätten soll jeder und dann drüben keine Ahnung was das ist vielleicht nur das ist so was die zweite jetzt brauche ich nur noch den Schraubenzieher und darauf tun die gut verwenden das geht und nicht nicht anfassen mein essen was war im kühlschrank drinnen keine Ahnung müssen wir nicht reingekommen ich bin der meinung ich erinnere mich noch irgendwas mit Garnelen irgendwas mit Pilze war auch dabei 2 hier sind wir nicht noch karte boh hier ist das nicht also 1 7 Aiaa Scheiße Mit die Quitzung Mittagessen mit Kabel die Analyse fettig stellen Hey? Eine Eingangsquelle Aiaa 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 Aiaa